Filmfakten. In The Batman spielt Colin Farrell ja den Pinguin. 2002 hatte der Regisseur Wolfgang Pedersen die Idee, Batman vs. Superman auf die Leinwand zu bringen. Und Colin Farrell wäre hier Batman gewesen. Apropos Wolfgang Pedersen, das ist der Regisseur von Das Boot. Er wollte, dass dieser Film so realitätsnah wie möglich ist. Er hat seinen Schauspielern verboten, die Sonne zu sehen, damit diese so blass sind wie eine echte U-Boot-Crew. Wusstet ihr übrigens, dass in Rocky IV Sylvester Stallone zu Dolph Röntgen gesagt hat, schlag mich im Boxring so hart du kannst? Dolph hat's tatsächlich gemacht. Sylvester Stallone ist im Krankenhaus gelandet und musste mehrere Tage bleiben. Die Ärzte dachten, der Typ ist von einem LKW angefahren. Wusstet ihr auch, dass Patrick Stewart gesagt hat, nachdem er Logan abgedreht hatte, ich werde nie wieder Professor X spielen. Aber der Trailer zu Dr.Stretch 2, der verrät was ganz anderes. Noch ein Star Wars Fun Fact am Ende. Han Solo und Prinzessin Leia wären nie ein Paar gewesen. John Lucas hatte die Idee, dass Han Solo verheiratet ist und die beiden eine Affäre haben. Die Frau von Han Solo wäre eine Wookie-Frau gewesen. Hwww!